Bleib wie dein Bier, lebe dein Leben, geh deinen Weg, sei wie du bist. Bleib wie dein Bier, von Freiberger ist mit dabei. Hallo und herzlich willkommen hier aus der Kabine der Eispiraten Grimmelschau zur heutigen Abschussveranstaltung der Eispiraten. Und diese machen wir heute mal in einer virtuellen Form. Aufgrund der Corona-Pandemie können wir leider nicht zusammen mit euch feiern. Und dann mitgebracht habe ich heute unseren Geschäftsführer, den Jörg Buschmann. Hallo Jörg. Hallo Aaron. Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen zu unserer heutigen virtuellen Abschussveranstaltung. Ich begrüße alle Fans, Sponsoren, Unterstützer und freue mich heute auf den Abend und auf den Rückblick der Saison. Ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Jörg, vielleicht kannst du uns ein kleines Fazit sagen zur Saison. Wie hast du die so erlebt? Ja, also grundlegend, glaube ich, war das eine ganz solide Saison gewesen. Wir haben sehr viel in der Vorbereitung getan, dafür, dass wir so eine Saison erleben durften. Für uns wichtig ist, letztendlich sind wir in die Saison gestartet mit der Crowdfunding-Aktion. Leider war es mir verwehrt gewesen, mich bei allen Unterstützern zu bedanken. Das war geplant auf das erste Hauptrundenspiel. Aber an dieser Stelle danke für Norman Billing, der den Part übernommen hat in der Vorbereitung. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Baustein, um solide in die Saison und gerade auch in die Lizenzierung zu starten. Das war eine Riesenunterstützung, die wir da am Standort verspürt haben. Und ja, ein Riesendank an alle Fans, Unterstützer für die tolle Crowdfunding-Aktion. Weiter gehe ich in der Saison, dass wir letztendlich mit dem Trainer, der frühzeitig angereist ist, sehr viel unternehmen konnten. Letztendlich ihn in den Standort mit einbauen. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Part bei uns am Standort. Und ja, letztendlich, dass wir den Jungs das ermöglichen konnten, so frühzeitig mit dem Eis zu starten. Das war ganz wichtig dieses Jahr, dass wir eine lange Vorbereitung genießen konnten. Leider in den anderen Jahren war uns das nicht möglich. Aber dieses Jahr aufgrund der Pandemie hatten wir eine sehr lange Vorbereitung gestartet mit dem Nordostpokal, wo ich denke, das ist eine super Sache für die Zukunft. Leider konnte man das Jahr nicht ganz so zu Ende spielen, wie das eigentlich gedacht war. Auch von den Spielen her war das ein bisschen anders gedacht. Aber ich denke, das ist was für die Zukunft, wo wir einfach schon wieder neue Bausteine setzen konnten. Ansonsten sind wir mit der Saison, glaube ich, zufrieden. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Leider ist es uns verwehrt geblieben, in die Playoffs zu gehen. Ich denke, die Jungs haben alles dafür getan. Aber wie es der Trainer schon gesagt hatte, es sind ja doch immer ein paar Bausteine, die einfach noch fehlen. Ein paar Puzzleteichen, die noch nicht ganz zusammengepasst haben. Und die haben uns einfach den Einzug in das Viertelfinale verwehrt. Und ja, jetzt werden wir einfach schauen, dass wir das in der nächsten Saison besser gestalten. Dass die Jungs wieder fit aus der Sommerpause kommen. Und ja, dann werden wir schauen. Aber lass uns doch einfach mal die Saison noch weiter Revue passieren lassen. Genau. Und das machen wir jetzt mit unserem Saisontrailer. Ich würde sagen, Film ab. Am 10. März beendete die deutsche Eishockey-Liga 2 den Spielbetrieb für die laufende Saison. Krimic aus großer rot-weißer Eishockey-Familie kann einen ihrer größten Siege feiern. Wir haben die 150.000 Euro geknackt. Das, was wir als Ziel uns gesetzt haben. Wer passt an den Standort? Wir haben unser Ranking gemacht. Und danach sind wir auch vorgegangen. Und Mario war ein Teil davon gewesen. Und wir sind relativ schnell auch zum Ende gekommen. Also die Chemie hat gestimmt. Trotz stetig ansteigender Fallzahlen ist man auch bei den Eispiraten Krimic schauoptimistisch, am 6. November diesen Jahres in die neue Saison starten zu können. Und der erste Führung für die Eispiraten. Rüber auf die andere Seite. Messi LeMay. Tor! Schlagschuss Peter Pohl! Und nochmal der Schuss. Und nochmal der versuchte Abschluss. Und nochmal die Chance. Dann Daniel Weiss. Schuss. Tor! Der Weiss! Wabacht der letzte Tour für die Eispiraten. Und das ging richtig hucki zucki. Tor! Es kommt Durchschung, Hacker ist da, aber der Rebound. Tor! Gekladen, Jack von Dennis Schäferin ab und der Treffer! Die Riesenchance auf den Ausgleich! Und der passt! Schön gespielt von Krimicow und die erstmalige Führung der Gäste! Krimicow und die 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 Arme der Schiedsrichter gehen nach oben. Tor! Tor für die Eispiraten! Und Keller. Oh, Tor für die Eispiraten, die Entscheidung. Peter Pohl. Jetzt die Chance. Gams im Liegen. Tor! Timo Rams! Der hat die guten Auge für Mathieu Lemay. Hat ja die Möglichkeit, kann er da auch ein bisschen aufraschieren. Lemay, Tor! Zu Mathieu Lemay! Tor! Die Eispiraten, Lukas Böttcher! Die Eispiraten, Lukas Böttcher! Bilder sagen bekanntlich immer mehr als tausend Worte. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem Mann, der Worte zu dieser Saison findet. Das ist nämlich DL2-Geschäftsführer René Rodorisch. Ja, zunächst ein herzliches Hallo nach Krimicow zum Saisonabschluss. Diesmal in virtueller Art. Und dementsprechend wurde ich auch gebeten, von dem Aaron so ein bisschen aus Ligasicht einen Rückblick auf die Saison zu ermöglichen. Und vielleicht das eine oder andere an Gedanken meinerseits mit beizusteuern. Da bitte komme ich natürlich sehr gerne nach. Denn ich glaube, wir alle haben eine Saison erlebt, die hoffentlich einzigartig bleibt. Aber auch in ihrem ganzen Wesen natürlich eine absolut besondere für unsere Spieler, glaube ich, für die Aktiven. Aber auch ihre Familien vor allem war es unheimlich wichtig, dass der Sport eben nicht in den Stillstand kam. Vor allem im Profibereich. Dass wir die Chance hatten, eben die Arbeitsverträge für die Spieler in Gang zu setzen, zu ermöglichen. Und damit auch die Spieler vor allem für ihre Familien ihren Unterhalt verdienen konnten. Und zum anderen auch der Sport generell nicht komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Sondern eben wenigstens über den professionellen Bereich des Sports für die Öffentlichkeit greifbar war. Die Sportarten da waren. Und wir am Ende damit auch eine Saison abbilden konnten. Leider Gottes, und das ist schon am Ende auch ein bisschen ernüchternd gewesen, haben wir natürlich auch gehofft, dass wir die Hauptrunde komplett darstellen können mit 52 Spieltagen. Allerdings mussten wir eben dann über das Osterwochenende feststellen, dass das eben wahrscheinlich schwierig gelingt. Weil wir hatten dort deutliche Anzeichen, dass nicht nur einzelne Mannschaften oder eine Mannschaft betroffen ist von positiven Verdachtsfällen, sondern auch andere Mannschaften. Und am Ende, muss ich sagen, haben auch da die Klubs sehr eng miteinander gearbeitet. Wir hatten einen sehr konstruktiven Austausch, der nicht einfach war. Der auch geprägt war von vielen Diskussionen, Abwägungen, Für und Wider. Aber am Ende wirklich ein einheitliches Bild mit sich gebracht hat. Und das hat eigentlich, muss ich sagen, aus Ligasicht fast die ganze Saison über so ein bisschen sehr, sehr positiv abgestrahlt. Auch für uns als Ligagesellschaft, die ja am Ende, ich sage mal, auch den Willen der Klubs, ich sage mal, umsetzen will und auch akzeptiert. Denn ich glaube jetzt so ein bisschen mit Abstand, glaube leider Gottes auch aus Krimmetschauer Sicht, mit den aufkommenden positiven Fällen dann und der Quarantäne, die angeordnet worden ist für das Team der Eispiraten, war es am Ende die einzig sinnvolle und am Ende auch richtige Entscheidung. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht über den Verlauf der Saison der Eispiraten. Man hat am Anfang vielleicht gesehen, dass man doch ein bisschen schwierig in die Gänge gekommen ist. Vielleicht auch bedingt durch die ein oder andere Verletzung, die man hatte. Allerdings, dass man dann wirklich die Mannschaft so gut ins Laufen gebracht hat und wirklich die Mannschaft auch so wirklich intensiv die Spiele bestritten hat. Und sich wirklich in die Playoffs gekämpft hat, lange Zeit, muss ich sagen, ist aller Ehren wert. Das habe ich am Anfang so gar nicht wirklich erwartet. Aber dann muss man schon sagen, waren da wirklich sehr, sehr spannende Spiele dabei. Sehr, sehr gute Ergebnisse auch, die man erzielt hat. Und am Ende eben auch der verdiente Dreikampf um den achten Platz. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, Kompliment an die Mannschaft, aber auch an den Trainerstab. Man hat da wirklich eine sehr, sehr gute Saison aus meiner Sicht gespielt. Und natürlich, wie alle drei anderen auch, die da um den Platz 8 gekämpft haben, eigentlich auch die Playoffs verdient gehabt. Und so glauben wir und hoffen wir sehr, dass wir die Playoffs jetzt bis zum Ende abbilden können. Denn neben dem Meister der DEL 2, den wir ausspielen wollen, geht es natürlich auch für den einen oder anderen Klub und für uns als Liga um den ersten sportlichen Aufstieg in die DEL wieder. Und dafür haben wir so lange gekämpft, weshalb wir uns eben die Chance auch hier im sportlichen Bereich erhalten wollen, dass wir tatsächlich nach dieser Saison bei allen Schwierigkeiten und Widrigkeiten, die wir hatten, eben einen Aufsteiger in die DEL ausspielen können. Und dann gilt es für uns natürlich, den Blick nach vorn zu werfen auf die Saison 2021-2022, von der wir alle inständig hoffen, dass sich die Corona-Pandemie nicht erledigt hat. Das wird sie nicht, aber sich zumindest so weit im Griff befindet, dass eben vor allem für Kultur, für Event und eben für Sportveranstaltungen wieder deutlich mehr Normalität eintritt. Dass wir die Fans wieder in unseren Stadien begrüßen können, gerade der Sahnpark. Ich durfte es ja jahrelang Gott sei Dank erleben, zum einen als Fan, als auch letztendlich als Verantwortlicher. Insofern wünsche ich allen einen ruhigen Sommer, einen hoffentlich weitergehenden Corona-freien Sommer. Und vor allem natürlich viel Gesundheit wünsche ich und dann hoffe ich, dass alle positiv vorausblicken auf die neue Saison und wir uns dann gemeinsam hoffentlich in den Arenen der DEL 2 wiedersehen. Schönen Abend noch. Ciao. Das war die kurze Fassung des Interviews mit René Rodorich, was wir bereits geführt haben. Falls ihr euch das ganze Video anschauen wollt, 14 Minuten, dann könnt ihr das auch ab sofort auf unserem YouTube-Kanal tun. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir ganz kurz Pause, nämlich genau 20 Sekunden und dann sind wir hier mit spannenden Themen wieder zurück. Wir sind wieder zurück bei unserer virtuellen Abschlussveranstaltung und wir wollen jetzt etwas über unsere Mannschaft sprechen. Und los geht's mit einem richtigen Torjäger, unserem Topscorer Mathieu LeMay. Und dann die Chance für LeMay. Allein auf Jan Dijkic, LeMay. LeMay macht's. LeMay mit dem 2 zu 1 aus Sicht der Eistpiraten Grimmeltschau. Und hier sieht man eben die rechtsgemaxten Spieler, der lösen die Handkopf. TOR! Die Eistpiraten! Mathieu LeMay lehnt durch und erzielt das 2 zu 0. Ja, mit dem guten Auge für Mathieu LeMay. Hat er die Möglichkeit, kann er da ein bisschen Raum erstielen. LeMay, TOR! Zu Mathieu LeMay! Ich will noch ein Sturm dazwischen. LeMay mit dem Schuss und Tor. Da zeigt Mathieu LeMay seine ganze Qualität. Ja, er mag den ESV-Tag. Da wird Steven nicht unterbrochen. LeMay kommt vorbei. LeMay und da ist das nächste Tor. Nur noch 3 zu 2. Knapp 2 gegen 1 Situation. Und da ist das Tor für die Eistpiraten. LeMay ganz kalt gemacht. LeMay. Zu viel Platz. LeMay, Tor. Ja, war ein bisschen mit Ansage. Dann die Baden-Häumer in dieser Szene. 48 Spiele, 31 Tore und 37 Vorlagen. Ja, der Mathieu, der hat ordentlich performt diese Saison, oder? Ja, das hat er auf jeden Fall. Mathieu ist, glaube ich, einer der offensivstärksten Spieler, die wir in den letzten Jahren hier erleben durften. Ich muss sagen, Schlitzschläuferisch ein Topmann, was er oftmals für Bewegungen auf dem Eis macht. Also er kann eisig viel spielen. Er versteht das Spiel, er sieht seine Mitleute. Und er ist selbst extrem tordeferlich. Und ja, es war schön, ihn diese Saison in Grimmetschau zu sehen, zu performen zu sehen. Und ja, jetzt schauen wir mal weiter, wie wir mit Matt umgehen. Genau. Matt ist jetzt wieder in Nordamerika, ist letzte Woche zurückgereist und hat uns natürlich aber trotzdem noch eine kleine Botschaft für unsere Abschlussveranstaltung geschickt. Hi, everybody. Es ist Mathieu Namier hier. Ich hoffe, dass jeder ein guter Zeit hat. Ich wollte nur sagen, ich hatte ein richtig guter Zeit in Grimmetschau this Jahr, even though the COVID-19 situation and all of that. Yeah, I made some great fans. I was treated really good, so I'm really happy about it. It's just a shame and sad that we didn't make playoffs. We were really pushing all season for it. For sure, we should have been in and we can't control what COVID and everything happened at the end. So, yeah, that's about it. So, I hope everybody enjoy their summer and have a good time. And hopefully we can see fans in the stands for next season and everything will be okay for everybody. So, thank you and chusen ciao of Grimmetschau. Was das auch einer der Gründe, warum er der MVP ist für uns? Ja, ich denke, Lukas, wie du schon gesagt hattest, hat keine einfache Saison gespielt. Letztendlich hatten wir das Thema mit dem deutschen Pass relativ viel auf dem Schirm. Aber grundlegend für mich eine der wichtigsten Spieler am Standort. Ich sehe ihn immer als Vater der Mannschaft, der gut mit den jungen Spielern arbeitet, der die Jungs im Griff hat, der den Respekt auch im gesamten Team hat und hat das über die ganze Saison gezeigt. Schwierig waren natürlich seine Einsätze gewesen. Die Einsätze, die er hatte, hat er immer zu 100 Prozent gut absolviert, hat immer Leistung gebracht für das Team. Aber hat er die Leistung nicht nur auf, sondern auch viel neben dem Eis gebracht. Und das gebührt ihm einen riesen Respekt, dass er zu den Spielen letztendlich auch Co-Trainer-Position übernommen hat und, und, und. Also er steht einfach für das Team, für den Standort extrem. Und deswegen auch, klar, MVP des Jahres. Alles klar. Wahre Worte. Schauen wir nochmal auf die besten Szenen von Lukas Wandhoch. Und Haier wartet, schön gemacht auf Wandhoch. Und Tor! Der direkte Ausgleich. Wahnsinn! Schön platziert. Wandhoch. Tor! Für die Eisberater! Der großgewachsene Lukas Wandhoch setzt sich hier wunderschön durch und kann die frühe Führung der Eispiraten gleich noch ausbauen. Pohl, aber auch da wieder gut zurückgearbeitet, aber dann doch noch im zweiten Versuch. Lukas Wandhoch ins kurze Eck zum Anschlusstreffer. 4.17. Oh, und der fängt die Scheiben nicht weg. Krimmel, Tor! Die Eispiraten ziehen nutzend so eiskalt aus. Ein, zwei Minuten sahen eigentlich ganz gut aus. Dann haben die Eispiraten hier das Szenen übernommen und diesmal ist es Lukas Wandhoch und den lässt er nicht aus. 4 zu 0 für die Hausären, für die Eispiraten aus Krimmel, ciao! Jetzt haben wir schon zwei Spieler aus unserer Mannschaft herausgepickt. Natürlich können wir jetzt nicht jeden einzelnen Spieler beleuchten und gehen deshalb auf die einzelnen Positionen in der Mannschaft ein. Und wir starten mit den Torhütern und da haben wir auch gleich mal ein Video für euch vorbereitet. Das ist Markus Pauer, Sack O'Brien, Sack O'Brien! Tolle Bewegung und tolle Parade von Michael Bitzer. Zimmermann geht da vorbei, Mario Zimmermann zieht auf den Torhütern. Riesenparade von Andriukov gegen Pauer. Viel Platz jetzt, gefährlich. Bettauer, Bettauer! Arzberger, was für ein Save! Da waren auf jeden Fall wirklich klasse Saves dabei von unseren drei Goalies. Gerade einer sorgte in dieser Saison für viel Furore. Das war der Ilya Andriukov, der während der Saison nach Krimmetschau kam und sich am Ende mit dem Michael Bitzer einen klasse Fight um den ersten Platz im Tor geliefert hatte. Zum Ende der Saison noch eine kleine Schreckensnachricht. Ilya hatte einen schweren Autounfall. Jörg, vielleicht kannst du uns mal kurz auf Stand bringen. Wie geht es Ilya jetzt? Ja, also soweit ist Ilya, ja, da geht es ihm gut. Er ist letzte Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden. Natürlich schwere OPs hinter sich. Das ist immer kein einfacher Fall. Aber so wie wir Ilya auf dem Eis erlebt haben, als kleinen Showman oftmals auch, ist er ein sehr positiver Mensch. Und ich denke auch, dass es wichtig ist für ihn in der Zeit der Ilya letztendlich positiv weiter zu denken, weiter zu arbeiten. Und ich glaube halt, dass das wichtig ist, um zurück aufs Eis zu kommen. Und da werden wir hart daran arbeiten müssen. Aktuell ist seine Family hier bei uns am Standort. Und ja, jetzt werden wir halt einfach schauen, dass wir die Reha ordentlich gemeinsam meistern. Und dass wir jetzt endlich Ilya wieder aufs Eis bringen. Genau, das ist natürlich schön zu hören, dass Ilya erst mal wieder aus dem Krankenhaus raus ist und jetzt an seiner Reha arbeitet und vielleicht auch an seinem Comeback. Wir drücken natürlich die Daumen. Haben uns im Vorfeld der Abschussveranstaltung aber auch nochmal mit einem anderen Toyota unterhalten, nämlich mit dem Michael Bitzer, der jetzt ebenfalls schon in Nordamerika ist, hat uns aber auch eine kleine Videobotschaft zugesandt. Das Jahr, wir hatten eine großartige Gruppe von Leuten, die wir durch ein Tonnen von Adversität haben. Und ich glaube, wir stuck zusammen und wir gefunden haben, und wir haben eine Chance zu gewinnen und versuchen, zu machen die Playoffs. Und, unfortunately, mit dem alles Endeffektiv, wir nicht able zu tun, nur das. Aber ich glaube, mit Ihren Geist-Supporten all-season, wir waren able, zu haben eine großartige Jahre. Und, hopefully, im nächsten Jahr, die Team kann in den Playoffs und, you know, show you guys some playoff hockey, because you guys deserve it. Und, with all the support all-season long, yeah, there needs to be some playoff hockey in Krimichal, und I'm excited for it. So, I just want to say thank you guys for everything. And, yeah, we had a great group of guys. And, you know, it sucks to leave all of them and all of you, but, you know, it's time for a summer break. And, yeah, thank you. We've had a blast, and, you know, obviously, we don't like the off-season, starting the way it did, but, hope everyone's doing well. And, yeah, hope to, hope you guys are all at the rink next year. Krimichal, the inside is also, erneut in the Overtime. So, ein kleiner der Lucky Bounce. Tor! Von der blauen Linie! Wahnsinn! Karl Atzen. Schauen wir mal, wer es war. Felix Thomas war es. Felix Thomas. Ja. Also, hier. Das ist ein tolles Tor von Felix Thomas. Karl Atzen, Karl Atzen! Krimichal stellt auf 3 zu 1 Doppelpack von Karl Atzen. Zumindest wunderschön, der Stürmer, die seit sechs Spielen und die Adwehr versetzt. War man nicht wahrlich? Der hat dann gar keine Probleme. Wo ist denn Schläger hier dazwischen gemacht? Ich bin zu Hause mit der Fiesse, ja! Und Handgelenk! Ah, da alle kamen und reiten. Da kommt der Tor! Und das ist ein 2 zu 4. Kanto! Marius Keizu! Der Tor für die Eispiraten! Er zählt der Aufgleichstreffer Nummer 1! Er zählt der Aufgleichstreffer Nummer 1! Wie ist das andere? Tor! Kanto mit seiner lasten Dremdung in der Entfernung. Erhöhen nach 1 zu 1. Und das Tor! André Schietzold! Ja, aus dem Nichts kann man sagen! Ja, zögert das sehr, sehr lange. Orange läuft ein, aber kann auch noch nicht... Tor! Für die Eispiraten! Er ist gleich! Dominik Wotsch, wir haben es gerade angesprochen! Auch die Eispiraten mit dem Doppelschlag! Es steht 3 zu 3! Und das ist, ja, Sachsen-Burby-Light! Wir haben noch eine Videobotschaft bekommen von einem Verteidiger. Und der hat sich nicht nur mit dem Spruch Tschüss und Ciao aus Krimatchau in die Fanherzen befördert, sondern auch, ja, mit seinem Spielstil. Das ist nämlich Kelly Summers mit Grüßen aus Kanada. Hey Krimatchau! So, uh, me and my girlfriend are back in Canada now, where we're doing our quarantine. We're back in my hometown of Golden Lake in Canada. So, we just wanted to reach out to you guys and talk about the year. Just thank you for everything you did. We know you guys couldn't be there, you wanted to. But thanks for tuning in on Sprayed TV. And those couple games you were with us in our exhibition, it was unbelievable. You guys were amazing for us. Everything I heard, you're some of the best fans in the league. So, yeah, end of the season. It didn't end the way that we wanted it to or the way you guys wanted it to. It came down to the last couple games and a couple points. You know, if we could finish that season off, I think we could make playoffs. But that's just the way it happens. You don't always get what you want. So, again, I just want to thank you guys for everything you did. Welcome us to your community. Seeing you guys around town, wherever it was. It was just an unbelievable experience. Thank you for welcoming me into your hometown of Krimadja. And just making my first experience in Europe a great one. All right, again, thanks for everything and tschüss. Jetzt sind wir bei unseren Stürmern angekommen. Und ja, in dieser Saison haben wir wirklich ganz, ganz viele tolle Tore sehen dürfen unserer Offensivleute. Einer davon ist Timo Gams. Der hat sich wirklich ganz besonders Mühe gegeben bei speziellen Toren. Von dem sehen wir dann noch eine Videobotschaft. Zunächst kommen wir aber erst mal zu den tollen Treffern unserer Stürmer. Auch ein Powerplay von dem Tor mit der von Mario Richie gegangen. Ein wunderschöner Fast-Eispirat. Tor! Erste Führung für den Eispirat. Und das war Scott Timmons. Wir gehen nochmal in die Ausstellung. Vielleicht haben wir nochmal einen Schutz. Und über Zalvillio. Tor! Er macht es! Zalvillio! Wo holt er den denn her? Mit dem Augen zu Mario LeMay hat er lieb und nicht gleich hat er da ein bisschen Traum archiviert. LeMay-Tor! Du warst, LeMay! Zalvillio! Zalvillio, warnt hoch. Und die Chance da! Timo Krams! Der ehemalige Tower-Style ist hier die Fans der Eispiraten und schießt den Siegtreffer in Overtime. Boah, Tor für die Eispiraten. Die Entscheidung fällt. 2,37 Euro verbleibend. Oh, die Eispiraten sichern sich hier den Zusatzpunkt. Au. Figur. Jetzt die Chance und da ist die Feinde zum 0-1 im Netz. Gönner. Das ist für Skyzoo liegen. Schlenker. Wieder auf Skyzoo. Pull. Pull. Tor! Alles gleich. Geiler Spielzug. Der Eispiraten. Die Nervenstärke von Patrick Pohl war es wohl. Denn er hat gewartet. Gewartet. 2 Minuten sahen eigentlich ganz gut aus. Haben die Eispiraten hier? Nollazepfer übernommen. Und diesmal ist es Lukas Wanduch und den lässt er nicht aus. 4 zu 0 für die Hausherren. Für die Eispiraten aus Krimičau. Tschullino. Bleibt hängen. So gibt es das Break. Die Riesenchance auf den Ausgleich. Und der passt. Erstes Tor im ersten Spiel. Travis Erbenig. Und. Ah. Lukas Lenk hat er. Macht er es. Er macht es. Deine erste Führung für die Eispiraten. Gut gespielt. Steilpass. Er kann ihn aufnehmen. Peter Pohl. Jetzt die Chance. Gams. Im Wigdor. Timo Gams. Im Fallen. Mit der Rückhand. Und für die kuriosen Tore. Ist offensichtlich, wenn er als Piraten in dieser Saison. Timo Gams. Verantwortlich. Mit meiner persönlichen Leistung war ich zufrieden. Ich habe das Ziel erreicht. Was ich mir vor der Saison gesetzt habe. Aber es ist nicht immer die persönliche Leistung. Ich glaube die ganze Mannschaftsleistung hat gestimmt. Wir waren 47 Spiele in den Playoffs. Und haben es leider in den letzten zwei, drei Spielen dann auf gut Deutsch gesagt verkackt. Aber an sich glaube ich war das eine gute Saison für alle. Ja, also das Saisonende kam für jeden glaube ich sehr plötzlich. Wir hätten gerne noch die drei Spiele gespielt, um den möglichen Playoffplatz uns zu erspielen oder uns dort rein zu schaffen. Und ja, aber durch die Situation oder in der Lage, wo wir uns befinden, ist uns das nicht vergönnt worden. Und ja, somit ist das Saisonende sehr plötzlich und leider sehr ärgerlich gekommen. Ohne Fans zu spielen war nicht dasselbe. Vor allem in Grimmitschau, wo die Fans einem den Rücken stärken, alles geben. Und ich glaube das lauteste Stadion in der zweiten Liga sind. Für mein erstes Jahr in Grimmitschau war ich sehr zufrieden. Die Mannschaft war gut, der Trainer war super. Das Umfeld hat gepasst. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ja. Last but not least. Jetzt kommen wir zu unseren jungen Wilden im Team der Eispiraten. Die sind in dieser Saison sprichwörtlich über sich hinausgewachsen. Haben unter Chefcoach Mario Richet viel Eiszeit erhalten. Mario Stemmler, Willi Rudert, Niklas Heyer, Lukas Böttcher. Das sind die vier Namen unserer jungen Spieler. Jörg, wie schätzt du diese Saison der jungen Spieler ein? Ja, also ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von unseren jungen Spielern. Die haben viel Leistung auf dem Eis erbracht. Sie haben letztendlich viel daran gearbeitet. Sie haben die Trainingseinheiten ordentlich genutzt. Sie haben das umgesetzt, was Mario Richet von ihnen erwartet hat. Und ich glaube, das ist kein einfacher Job, den die Jungs übernehmen mussten. Wir haben durch die verletzungsgeprägte Saison natürlich auch viel kompensieren müssen. Und ich denke, ich bin grundlegend damit zufrieden, was die Jungs absolviert haben, was sie aufs Eis gebracht haben. Sicherlich kann man darauf aufbauen auf der Saison. Und ich erwarte einfach und hoffe natürlich, dass da auch der nächste Schritt gemacht wird von den jungen Spielern. Und ja, ich bin grundlegend sehr, sehr zufrieden, was die Leistung auf dem Eis erinnert. Natürlich haben wir auch hier ein Video unserer vier jungen Spieler zusammengestellt. Und werfen jetzt mal einen Blick auf die Jungschenwilden. Oh, Demmler. Und da ist der Treffer. 3 zu 1 nur noch. Tor für die Eispiraten. Und verliert sie da aber wieder. Möglichkeit, Schuss von Tor. Pöck Grimmenschau. 18 Sekunden vor Ende des zweiten Trittes. Riesenbock von Reiter. Zur Chance. 2-1. Einladung. Angenommen. Ach so, es kommt durch. Hacker ist da, aber der Rebound. Der passt. Anschlusstreffer für die Eispiraten. Ehrlich, sagen wir es nochmal. Oh, ja. 1 zu 5. Einfach mal vor das Tor gebracht. Und dann ist es. Willi rudert. Die Eispiraten. Glücklich. Da kommt sogar der Schläger zur Hilfe. Und jetzt die Scheibe-Tor für die Eispiraten. Ein bisschen wild am Ende, muss man dazu sagen. Nochmal. Ole Oleev. Tor. Führung für die Eispiraten. 2-1. 35. Spielminute. Und da haben sie das Momentum jetzt ausgenutzt. Das hat das Spiel schön gemacht. Pohl. Tor. Die Eispiraten. Lukas Böttcher. Willi lohnt sich hier. Auf die Scheibe rutscht Philipp Maurer durch. 3 zu 0 für die Eispiraten. Die Eispiraten. Die Eispiraten. Jetzt zum Gegenzug. Herr Böttcher. Schön abgeschlossen. Nächste Chance. Tor. Lukas Böttcher. Das ist sein zweites Profi-Tor in der DEL 2. Ja. Und da haben wir noch gesagt. Er ist zurückgesetzt worden. Aber sehr aktiv. Und da haben wir noch mal das Video gesehen zu unseren jungen Spielern. Einer von ihnen, Niklas Heyer, Verteidiger, kam erst relativ spät zur Mannschaft im Dezember. Hat aber trotzdem eine relativ solide Saison gespielt. Auch viel Lob von Mitspielern bekommen. So wie von Coach Mario Richer. Und ja, wir haben uns auch mit ihm unterhalten vor dieser Abschlussveranstaltung. Hallo liebe Eispiraten-Fans. Jetzt sind wir ja nun ein paar Tage verstrichen seit der bitteren Saison aus. Und ja, es ist immer noch schwer zu verdauen. Aber wir müssen mit kühlem Kopf weiter nach vorne blicken. Und ich wollte euch jetzt ein paar Fragen beantworten, die mir gestellt wurden. Und zwar bin ich auf die vergangene Saison sehr stolz. Die Jungs haben immer gekämpft. Als Team haben wir gute Leistungen abgerufen. Haben eine Siegesserie gefahren, die natürlich in den Köpfen bleibt. Ja, das war eine super Saison. Das hat Spaß gemacht. Leider ohne euch. Aber wie gesagt, das war eine überragende Zeit. Die hätte gerne weitergehen können. Und ja, persönlich bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit der Saison. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Und dann die zweite Frage, wie es denn ist für die jungen Spieler, so viel Eiszeit zu kriegen, wie letzte Saison. Das war natürlich auch ein gutes Gefühl. Ich meine, wir hatten Verletzungspech teilweise, wo wir dann auch viel einspringen mussten. Und ich denke, stellvertretend für alle jungen Spieler ist es schön, wenn man auf dem Eis steht. Und es macht Spaß. Die älteren, erfahrenen Jungs haben uns da super durchbegleitet. Und ja, da konnten wir uns nicht mehr wünschen. Und wie gesagt, ich glaube, das war für alle eine super Saison. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, da freut man sich nur auf die nächsten Saisons. Und hoffentlich sehen wir euch alle bald wieder. Ich bin froh, dass ich jetzt bei der Abschlussfeier dabei gewesen sein durfte. Und wünsche euch allen einen guten Sommer. Bleibt gesund. Und hoffentlich sehen wir uns alle im Stadion wieder. Kommen wir jetzt auf einen Spieler zu sprechen, der ebenfalls wie die Eispiraten am Ende nur ganz, ganz knapp die Playoffs verpasst hat. Das ist nämlich Daniel Weiß, der mit den Schwenninger Wildwings am Ende genauso wie wir nur knapp an der Quotientenregelung gescheitert ist. Zuvor hat er in dieser Saison bei uns hier in Krimmetschau gespielt. Hat sieben Tore geschossen und 17 Vorlagen gegeben. In nur 22 Spielen muss man ja sagen. Eine tolle Ausbeute, oder Jörg? Ja, also Daniel ist für uns ein extrem wichtiger Spieler in der letzten Saison gewesen. Oder in dieser Saison. Man muss dazu sagen, ja, er hat es eigentlich eingeläutet. Wir hatten letztendlich unser Hoch mit ihm im Dezember. Und leider mit seinem Abgang gingen dann auch die verletzten Misere bei uns los. Und er war für uns ein extrem wichtiger Spieler. Er ist ein Spieler auch, der die Mannschaft zusammenhält. Der in der Kabine gut arbeitet. Der auf dem Eis gut arbeitet. Der viel kommuniziert. Auch auf dem Eis viel kommuniziert. Ich denke auch zugegnen der gegnerischen Mannschaft auf dem Eis. Und ja, also für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler letztendlich. Und einer, den wir, ja, leider auch dann vermissen mussten. Aber ich denke, gerade in der ersten Reihe, oder gerade in der ersten Reihe hat er extrem gut getan. Dann Daniel Weiß, Schuss. Tor! Der Weiß! Wo macht das erste Tor für die Eispiraten? Und das ging richtig rucki-zucki. Und dann macht er das wunderschön. Findet er ein Anspielpartner? Ja. Tor! Für der Elfberaden. Wunderschön gemacht. Gibt es die Chance? Weiß Tor! Weiß Tor, Schütze! Sehr gut freigespielt von, ja, Sommers war das, der die Scheibe da quer legt. Immer schön auf Weiß. Und Tor! Tor, Daniel Weiß! Was macht der denn? Jetzt haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Nämlich ein Interview mit Daniel Weiß, der uns gleich live zugeschaltet ist. Und ja, fangen wir gleich mal an. Daniel, schön, dass du da bist. Wie schwer fiel dir denn damals der Abschied aus Krimmetschau, obwohl es ja eigentlich gut für dich und das Team lief? Ja, Krimmetschau zu verlassen war sehr schwer für mich. Es lief persönlich für mich super, habe viele Punkte gemacht, habe in der Top-Reihe mit LeMay und Timmins zusammengespielt. Für mich persönlich sehr viel Spaß gemacht und ja, wir waren auf dem vierten Platz auf Playoffkurs. Das war schon eine schwierige Entscheidung dann auch zu gehen und ich habe mich sehr wohl gefühlt in Krimmetschau und ja, für mich war das einfach nur, dass ich nochmal mit meinem Bruder zusammenspielen konnte. Und klar, für meinen Heimatverein Schwenningen, deswegen musste ich das quasi machen, aber ich war schon wehmütig zu gehen, also definitiv. Ja, Daniel, die Frage, ob du dann trotzdem Kontakt zu einem Team hattest, die ja übrigens sicher dann fast, oder? Das Erste, was ich gemacht habe, wenn die Jungs gespielt haben, wenn ich selber gespielt habe, ist, was die Jungs gemacht haben, wie sie gespielt haben. Ich hatte auch noch Kontakt mit Felix und mit ein paar anderen Jungs, mit Hadi und mit den Jungs habe ich mich, und ich war auch natürlich in der WhatsApp-Gruppe noch drin, da habe ich alles mitgekriegt, was passiert in Krimmetschau, was mit den Jungs passiert. Und ja, es war sehr schade für die Eispiraten, dass das nicht geklappt hat mit den Playoffs. Ich meine, du warst zwischenzeitlich mal auf dem vierten Platz und dann fällt natürlich Timmins noch aus der ersten Reihe raus. Ich war dann weg. Ich glaube, es war nicht so einfach zu ersetzen, wenn deine erste Reihe Center ausfällt. Und ja, klar, die Jungs haben es noch gut gemacht, aber mit zu wenig Mann und oft dezimierte Mannschaft haben es die Jungs noch gut gemacht, haben gute Spiele gehabt. Und ja, dass es dann letztendlich nicht gereicht hat für die Playoffs, ist für Schwenning bitter gewesen und für Krimmetschau. Ja, jetzt müssen wir mit dem Blick nach vorne und mal sehen, was jetzt im Sommer so passiert. Ja, Daniel, dann sagen wir danke für deinen Einsatz hier im Trikot der Eispiraten. Es war eine tolle Zeit mit dir und natürlich auch vielen, vielen Dank, dass du unserer Abschlussveranstaltung beigewohnt hast. Wir haben uns natürlich sehr gefreut. Ciao, ciao. Und natürlich auch vielen Dank, dass ihr mich zur Abschiedsparty eingeladen habt. War eine Riesenfreude in Krimmetschau zu spielen. Schade, dass ihr das nicht miterleben durftet live. Ich glaube, wir haben größtenteils sehr gutes Eishockey gespielt. Und ja, ich wünsche euch jetzt allen eine schöne Sommerpause und vielleicht sieht man sich ja mal. Liebe Grüße. Ciao. Kommen wir zum nächsten kurzweiligen Gast hier bei uns im Saatenpark. Jörg, ein guter Freund von uns, Marco Nowak war hier in der Saisonvorbereitung. Hatte sich hier auf die Nationalmannschaft und auf die DEL-Saison vorbereitet. Ja, was sagst du dazu, wie kam das dazu, dass Novi hierher kam als ehemaliger Krimmetschauer schon? Ja, ich denke, ein Traum von Marco Nowak ist in Erfüllung gegangen, endlich bei den Eispiraten Krimmetschau zu spielen. Nein, also wir kennen Novi schon viele, viele Jahre, ich sag mal, das ist ein ähnlicher Fall wie André. Schiedsfeld nur nicht, dass er aus Krimmetschau kommt. Ja, wir hatten viel Kontakt, wir haben da schon immer mal drüber gesprochen, wenn die Zeit es hergibt, wenn es möglich wäre, dass er mal bei uns in Krimmetschau spielt. Wir haben die Chance gleich genutzt, als natürlich rauskam, dass es noch ein bisschen ungewiss ist, wann startet die DEL, wann wird es letztendlich weitergehen für die DEL. Und ja, da war für uns eigentlich relativ auf kurzen Wege, dass es klar ist, dass Marco zu uns kommt und für uns spielt. Und ich bin froh darüber, dass er hier war. Das ist wieder eine Erfahrung mehr für uns, er ist ein sehr professioneller Spieler und hoffe, dass das auch ein bisschen unsere Zukunft mit ihm geebnet hat. Alles klar. Dann, Novi ist ja gerade mit der Nationalmannschaft auf Reisen, hat es sich trotzdem nicht nehmen lassen und hat uns eine kleine Botschaft gesendet. Hallo, ich bin's, Marco Nowak. Ich wollte mich nochmal bedanken, dass ich ein paar Wochen bei euch mittrainieren konnte und mich fit halten konnte für die Saison in der DEL. Jetzt bin ich gerade bei der Nationalmannschaft und wollte euch einfach nur einen wunderschönen Sommer wünschen. Schade, dass ihr leider durch Corona die Playoffs nicht erreichen konntet, aber jetzt werdet ihr hoffentlich nächste Saison wieder angreifen und auf jeden Fall mit euch im Stadion. Alles Gute, euer Novi. Jetzt haben wir hier gleich den nächsten Interviewgast bei unserer virtuellen Abschlussveranstaltung und das ist unser Teammanager und Gesellschafter Ronny Bauer. Ronny, herzlich willkommen zu unserer Abschlussveranstaltung im virtuellen Rahmen. Wie fällt denn jetzt dein Saisonfazit aus? Ja, es ist natürlich schwierig, so eine Veranstaltung virtuell durchzuführen. Wie gesagt, ich bin doch kein Freund von solchen Veranstaltungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen wird es auch mit Sicherheit meine letzte Veranstaltung dieser Art sein. Nichtsdestotrotz, die Zeiten zwingen uns dazu, solche Dinge zu tun. Letzten Endes war auch die ganze Saison so, dass wir uns, ich sage mal, der Sache stellen mussten, mehr oder weniger virtuell mit unseren Fans verbunden sein, mit unseren Sponsoren. Es war sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten. Hat auch keinen Spaß gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, es war eine Saison mit sportlichen Höhen und Tiefen. Ich glaube, wir haben doch durchwachsen begonnen, haben uns dann stabilisiert, hatten eine gute Phase mit neun Siegen in Folge, was ja durchaus als Klubrekord war. Und haben dann aber leider Gottes wieder auch verletzungsbedingt und bedingt auch durch gewisse Abgänge am Ende unserer Saisonsziel verpasst. Ganz, ganz knapp. Denn wir wollten den achten Platz erreichen, wir wollten gleich ausspielen. Ja, leider nicht gelungen. Jetzt schauen wir nach vorn, ein neues Jahr beginnt. Schauen wir trotzdem noch mal kurz auf die abgelaufene Saison. Wie schwierig gestalten sich denn in gerade deinen Positionen, des Gesellschafters und des Teammanagers, die Aufgaben dann in so einer speziellen Serie? Ja, letzten Endes, für mich hat sich da nichts geändert. Wie gesagt, ich war ja sonst auch bei jedem Auswärtsspiel dabei in den anderen Jahren. Das hat sich dieses Jahr relativiert, weil einfach durch die Corona-Maßnahmen und die ganzen Einschränkungen, die es da gab, auch für mich letzten Endes, habe ich das vermieden, dann letzten Endes auswärts zu fahren. Und habe mir dann vieles auch bei SpeedTV angeschaut, was die Auswärtsfahrten waren. Das war eigentlich für mich persönlich die einzige Änderung. Ansonsten, ja, die ganze Atmosphäre, das Feeling, aber ich glaube, das ging jedem so. Das war nicht nur für mich jetzt speziell. Das fehlt halt einfach alles. Wie sieht denn jetzt gerade für dich die Vorbereitung auf die neue Saison aus? Ja, also wir sind ja schon, ich sage mal, seit Längerem, das ging ja schon im alten Jahr los, dass wir schon mit Spielern gesprochen haben oder ich speziell mit Spielern gesprochen habe. Und dort sind wir jetzt mittendrin in der heißen Phase. Ziel ist ganz klar, wir wollen so viele wie möglich Spieler aus dem Team behalten, weil ich glaube schon, dass wir sportlich erfolgreich sein können, wenn wir noch kleine Stellschrauben ein Team verbessern. Und dann wird es, denke ich, eine neue, interessante Saison nächstes Jahr wieder werden. Und da sind wir, wie gesagt, jetzt mittendrin. Und ich bin da auch in meinem Kontakt mit dem Mario letzten Endes. Er hat mir da eine große Wunschliste mitgegeben. Wir werden sicherlich nicht alle Wünsche erfüllen können, die der Mario da so hat. Das ist ganz klar, weil das würde unser Budget sprengen. Nichtsdestotrotz kann man ja gern wünschen. Wir müssen aber wie jedes Jahr das Beste draus machen. Und ich bin mir aber sicher, dass wir trotz allem auch wieder eine schlagkräftige Truppe auf dem Eis haben werden. Alles klar, Ronny, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Und noch einen schönen Abend. Gerne, danke. Wir sind zurück bei der virtuellen Abschlussveranstaltung. Und neben mir sitzt jetzt der Matthias Eisenblätter, Gesellschafter der Eispiraten. Matthias, herzlich willkommen. Hallo. Matthias, im letzten Sommer bist du Gesellschafter geworden. Wie kam es denn eigentlich dazu? Ja, ich war ja bereits Unterstützer bei den Eispiraten. Und über den Business Club, dem ich dann beigetreten bin, hat sich über die dortigen Kontakte, das entwickelt, auch auf Zutun von den bisherigen Gesellschaftern, war der Wunsch geäußert worden, dass auch jüngere Gesellschafter durchaus sich beteiligen können. Und daraus hat sich dann auch die Idee entwickelt, auch bei mir darüber nachzudenken, intensiver auch die Eispiraten zu unterstützen und dann letztendlich auch Gesellschafter zu werden. Wie hast du denn jetzt deine erste Spielzeit mit den Eispiraten erlebt? Ja, die erste Spielzeit sportlich gesehen fand ich sehr, sehr gut. Also haben wir durchaus Erfolg gehabt. Wir haben eine schlagkräftige Mannschaft gehabt. Aus Sicht der Fans sehr, sehr traurig. Schon gespenstlicher Natur. Ich war ja auch das ein oder andere Mal im Stadion gewesen, habe das dann mit live erlebt, wie man so die Banner dann gesehen hat im Fanblog, wo dann auch die Sprüche draufstanden. Da muss man sagen, das war sehr gespenstlich und da hoffe ich, dass wir das Thema in der neuen Saison auch hinter uns lassen können. Okay, kommen wir zu einem deiner Arbeitsbereiche, zu den Strukturen der Organisation der Eispiraten. Wie siehst du uns, also die Eispiraten, denn für die Zukunft aufgestellt? Ja, also derzeit widme ich mich ja mit dem ÖÖG zusammen um die strukturellen Fragen, um die Probleme, die wir haben, die natürlich wirtschaftlicher Natur sind. Wir gehen das Thema gemeinsam an, konzentrieren uns darauf, was haben wir neue Herausforderungen in der neuen Saison. Was machen wir im Bereich des Sponsoring, was haben wir in den Einzelnen? Wir haben ja so viele Bereiche, die wir irgendwo gemeinsam durchgehen müssen und das machen wir in einer enger Zusammenarbeit. Und die Herausforderungen sind immer wieder die finanziellen Probleme, wie entwickeln sich die ganzen Kosten, was bringt dann Corona letztendlich auch an Auswirkungen mit sich, was müssen wir da tun? Wie wird sich das ganze Preising, wie wird sich das Catering verändern, was ist mit den Ticketpreisen, wie können wir das alles zusammenführen? So, dass wir letztendlich mit den Fans, mit dem Sport gemeinsam ein Konzept haben, um das alles über die Saison ohne finanzielle Probleme quasi zu überstehen. Das ist so die Herausforderung im Gesamten und das versuchen wir auch zu meistern. Okay, jetzt kamen wir auf die Herausforderungen zu sprechen. Kommen wir doch mal zu den Wünschen. Was sind denn deine Wünsche für die neue Spielzeit? Ja, die Wünsche sind ganz klar, dass wir mit den Fans gemeinsam die sportlichen Ereignisse, die Spiele erleben können, dass wir das ganze Corona-Thema endlich hinter uns lassen, dass wir in einem vollen Stadion spielen. Das ist auch ganz wichtig, nicht nur, dass wir ein paar hundert Zuschauer haben, sondern dass alles wieder geöffnet ist, dass wir hier Emotionen zeigen können, dass die Gaststätten wieder offen sind, dass wir feiern können und dass wir von dem ganzen Thema, was wir in den letzten Jahr, anderthalb Jahren endlich hinter uns lassen können. Das sind die größten Wünsche und dass wir ein glückliches Händchen auch bei der Teamauswahl haben, dass wir schlagkräftig sind und in der Hoffnung, dass wir in der kommenden Saison auch in den Playoffs dann landen. Das wäre so mein Wunsch. Okay, also ich würde sagen, den Wünschen, den kann man sich nur anschließen. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute mit da warst und ein paar Fragen beantwortet hast. Sehr, sehr spannend. Und wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Abschlussveranstaltung. Und auch wenn wir uns in einer Pandemie befinden, ja, so kam der Spaß in dieser Saison in der Mannschaft, in der Organisation der Eispiraten trotzdem nicht zu kurz. Wir haben das alles in ein paar Outtakes zusammengefasst und ja, ich würde nochmal sagen, Film ab. Liebe Krimi-Ciao-Fans, mein Name ist Mario Richer, ich bin stolz, der neue Trainer des Eispirat zu sein. FIFA, ich habe auf jeden Fall, aber ich sage auf jeden Fall FIFA, der Niki hat, lass das Startbill machen, wir stellen uns hier so hin. Hi. Ja, da geht da was, da geht da was. Höher. Auf den Kopf. Oh, das haben wir da, ja, wohl. Helfer. Ja, 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 ja. Dies, dies kennt ihr in uns, dies kennt ihr in unseren... Die letzten zwei Jahre und... No, okay, it's a... In der ersten Periode we had a... In der ersten Periode we had a... Test, test, test... Aron, Aron hat ein pinkes Polo. Ja, ja. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Hallo. Gensass? 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 Tell me something, your mom doesn't know. Gensass fast. Meine Damen und Herren, an den Bildschirmen zur Pressekonferenz des Spiels der Heilbronner Falken gegen die Eispiraten Grimmitschau. Machen wir ab da jetzt. Stop. Stop filming. Datenschutz. 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 Ich hab gedacht, das war eine französische Show, aber Aron hat mir schon erzählt, das können wir nicht machen. Ich hab's gesagt. Danke. Gut. Es gibt niemanden zu fragen. Mario, vielen Dank. Happy New Year. Happy New Year. Hahahaha. 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 Einer meiner schlechteren Seiten ist. Ey, ihr Haschgesichter, macht euch raus. Hahahaha. Vorsicht, die Kamera hat nicht mehr so viel Akku. Worschi. Ich sitze auf dem Bike. Was gibt's? Wass du? Was willst du? Wann bist du fertig? Naja, 16.30 Uhr vielleicht, 17 Uhr zu Hause. Wass du, kommt ihr da noch mal rum oder? Worschi, du bist gerade live. Du bist gerade live, Worschi. Äh, ja, ich komm da mal rum dann. Okay. Ne? Ich sag dir mal Bescheid, wenn wir fertig sind. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Sag Hallo. Tschüss. 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 Warte, Action. Ich geh mit oder noch nicht? Wir brauchen wieder Action. Gemeinsam stark. Gemeinsam stark. Gemeinsam stark. Gemeinsam stark. Und sage Tschüss. Scheiße. Fuck. Okay, machen wir mal. Tschüss. 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 So, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt, bevor es aber hier vorbei ist mit der virtuellen Abschlussveranstaltung. Jörg, vielleicht nochmal kurz der Blick in die Zukunft, in die nahe Zukunft. Wie sieht denn aktuell der Arbeitstag des Eispiradengeschäftsführers aus? Ja, also aktuell befinden wir uns im Jahresabschluss, lassen letztendlich die Saison nochmal Revue passieren. Grundlegend muss ich sagen, sind wir sportlich und auch wirtschaftlich gut durch die Saison durchgekommen. Es gibt natürlich hin und wieder kleinere Probleme da zu lösen. Wir warten aktuell noch auf die Corona-Hilfe Sport. Und ja, aber ich denke, wenn es zu dieser Auszahlung gekommen ist, steht grundlegend der neuen Saison nichts mehr im Wege. Für uns ist wichtig, letztendlich auch die neue Planung voranzutreiben, in den Spielerbereich reinzugehen. Ich glaube, das sind gerade wichtige Punkte, die ich in meinem Alltag durchlaufe. Und ja, letztendlich alle den Fokus auf die neue Saison legen und nach vorn schauen. So, bevor wir jetzt zum Ende unserer virtuellen Abschlussveranstaltung kommen, ist es auf jeden Fall noch an der Zeit Danke zu sagen, oder Jörg? Ja, von unserer Seite her, von den Eispiraten Grimmitschau, ein riesen Dank an alle Fans, an alle Unterstützer der Crowdfunding-Aktion, an alle Spray-TV-User, ein riesen, riesen Dank an alle Sponsoren, die an unserer Seite gestanden haben. Es gilt Danke zu sagen an das ganze Team, hinter dem Team, Ärzte, Physios, an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, an die Jungs, die die Spiele abgesichert haben, an unsere Security. Wichtig auch, unser Busfahrer, den wir oftmals ein bisschen, oder die Jungs, die in Vergessenheit geraten, an die Eismeister. Ein riesen, riesen Dank auch an unsere Jungs, die quasi den Job von Klaus Schiedsholdt mit übernommen haben. Vielen Dank an Norman Billing und Marco Schwabe. Trotz alledem auch vielen Dank an Klaus. Und letztendlich, ja, jetzt gilt es nach vorne zu schauen in die neue Saison. Und ich möchte auch dem Team nochmal Danke sagen für die super Leistung und natürlich auch unserem Büroteam, die immer, immer hinter den Eispiraten stehen. Und lass uns positiv nach vorne schauen, dass wir alle Zuschauer wieder im Stadion live erleben können. Und ja, ich denke, es ist an der Zeit, unseren berühmten Spruchssatz zu sagen. Ja, wir sagen auf jeden Fall, oder sage ich, Danke auch an dich Jörg für deinen Einsatz in diese Saison. Danke an alle Zuschauer unserer Abschlussveranstaltung. Wir hoffen, wir konnten euch ein klein wenig unterhalten. Wenn auch nicht live, wie zum Beispiel im Theater, wie in den Vorsaisons. Hoffen wir, er hatte trotzdem ein kleines bisschen Spaß. Und ja, dann sagen wir beide jetzt hier aus der Kabine. Tschüss. Drei, zwei, eins. Jetzt. Tschüss und ciao. Auskomme, ciao.